Hey Pete, ich arbeite an einer College-Bewerbung und soll etwas über mich erzählen. Sollst dich wohl eher verkaufen. Echt übel. Hast du einen Tipp für mich? Tja, etwa so. Hi, ich bin Peter Parker, bin 25 Jahre alt, habe einen Bachelor in Biophysik und bin in die tollste Frau aller Zeiten verliebt. Wie bescheiden. Wer ist die beste Journalistin in dieser Stadt? MJ. Ist doch klar. Ich versuche einer anderen großartigen Frau nachzueifern. Meiner Tante May. Wieder sehr bescheiden. Mann. Und vor kurzem wurde ich von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte erhalten. Das kann ich doch nicht schreiben. Hey, ich taste mich langsam aber sicher ran. Ich habe meine Kräfte genutzt, um der Stadt zu helfen und Leute zu stoppen, die ihr schaden wollten. Wie mein Mentor, Dr. Otto Octavius. Sein Labor wurde von seinem alten Kollegen Norman Osborn geschlossen. Otto rächte sich und setzte eine Biowaffe frei. Zum Schluss konnte ich Otto stoppen. Aber es hatte seinen Preis. Das war ziemlich gut. Aber ich bin kein Peter Parker. Ja, genau. Du bist Miles Morales. Du bist 17 Jahre alt und gehst auf die Brooklyn Visions Academy. Was noch? Ich schätze, ich... ...helfe meiner Mutter hin und wieder bei ihrer Arbeit in Harlem. Sie ist Stadträtin Rio Morales. Und ich mag ein Mädchen. Sie ist spektakulär und inspirierend und... ...ich finde eine der besten Künstlerinnen der Stadt. Und... ...ich... ...wurde auch von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte. Ich habe vom Original gelernt, ein Spider-Man zu sein. Aber von meinem Vater habe ich gelernt, ein Held zu sein. Er starb durch Martin Lees Bombe. Im Rathaus. Das Gute, das ich jeden Tag tun will, habe ich von meinem Vater. Aber es war hart. Auch mit Superkräften kann man manchmal einen lieben Menschen nicht retten. Wie sehr man es auch versucht. Ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Und das habe ich nicht vor. Ich weiß nicht. Ich kann nichts über mich sagen, ohne Spider-Man zu erwähnen. Sicher kannst du das. Du musst nur... Warum fängst du keinen neuen Wurf an? Wir sind bereit. Alles okay? Versprichst du mir was? Was du willst. Wenn das nicht klappt, schalt mich aus. Das klappt. Ich habe nicht viel Zeit übrig. Ich möchte mich verabschieden können. Ich werde dich nicht verlieren. Niemals werde ich dich gehen lassen. Jeff, wir können dich nichtочкиkifische Be sangregen 1A. Diese Glocke hat ihren Sinn. Setzen Sie sich. Bin da! Guten Morgen, Klasse. Heute dürfen wir einen neuen Lehrer begrüßen. Hi, mein Name ist Pi, äh, äh, Mr., Mr. Parker. Äh, und heute ist unser Glückstag, weil das hier die Physikstunde ist und Physik ist der Hammer! Wissen Sie, wie einige Insekten und Vögel, Reptilien einfach über einen Teich laufen können? Stichwort Oberflächenspannung. Ich muss mal! Oh, okay. Bei Oberflächenspannung geht es um Bindekraft. Hm? Als Gleichung ausgedrückt, Oberflächenspannung, Gamma, ist die parallel zur Oberfläche einer Flüssigkeit angewendete Kraft. F, dividiert durch die Länge, L, der Linie, auf die die Kraft einstellt. Kann jemand, äh, ich, ich bräuchte mal Hilfe. Äh, Mr. Morales, richtig? Äh, können Sie das wirklich nicht alleine regeln? Bestimmt. Okay, klasse. Äh, lesen Sie Kapitel 4 oder 5 oder irgendwas. Miles, ich brauch diesen Job. Wenn die Direktorin zurückkommt und ich weg bin, der hat dich gefeuert. Ich weiß, aber das musst du sehen. Marco, warum heute? Ich bin sowas von gefeuert. Direktorin Evans hasst mich schon, weil ich heute Morgen zu spät kam. Bro, ich hab gesagt, komm pünktlich. Schon okay. Wir sind ruckzuck zurück. Gut, ich hab noch einen Beratungstermin wegen meiner College-Bewerbung. Oh, dein Aufsatz ist fertig? Nicht mal angefangen. Oh, dann nichts wie in die Stadt. Kümmern wir uns schnell um Marco. Hey, MJ. Hey, Jungs. Ihr solltet schnell nach Downtown. Wir schwingen gerade durch Brooklyn. Hat sich Jameson für den Bugle hingeschickt? Unfassbar, dass JJJ dein neuer Boss ist. Ha, die neue Leitung ist echt spitze. Den hast du ganz bald im Griff. Was ist mit Marco? Den hab ich seit Jahren nicht gesehen. Zeugen sahen, wie er über den Broadway rannte und Unsinn schrie. Er wirkte wütend und paranoid, wahnhaft. Er ist einfach explodiert. Mann. Hoffentlich können wir ihn beruhigen. Solche Kontrollverluste hab ich schon gesehen. Pass auf. Gut, dass es jetzt zwei Spider-Man gibt. Viel Glück. Danke, MJ. Wir könnten hier unsere neun Tüfteleien nutzen. Unmöglich. Das sind Prototypen. Nicht mal getestet. Du hast die doch dabei, oder? Kein Kommentar. Achtung! Alles okay? Ja. Ich glaube, wir haben ihn. Marco! Spider-Man. Was zum... Das ist Sandman? MJ hatte recht. Wir müssen ihm helfen, bevor er sich verletzt. Oder andere. Wie ist der Plan? Lenk ihn ab! Ich hab ne Idee! Oh Mist. Er ist wohl mehr der Pilates-Typ. Das war die Idee? Ich hab nie gesagt, dass sie gut ist. Das sollte ein normaler Tag sein. Sieg-Unterricht. Peinliche Gespräche im Lehrerzimmer. Es wird alles wieder gut. Hilfe! Hab dich! Spider-Man! Eine Lieferung für dich! Heiß und fertig! Bin da! Hab ihn! Ich wünschte, ich könnte das. Hab ihn abgesetzt. Nachdem er auf meinen Anzug gekotzt hat. Kein Einzelfall. Sandman hat noch ein paar Freunde ausgekotzt. Was zum... Das kann er! Offensichtlich! Ich brauche dich! Mr. Parker? Tut mir leid. Wer ist da? Direktorin Evans. Natürlich! Direktorin... Alle Schüler haben die Klassenzimmer evakuiert. Wo sind sie? Mr. Parker? Ich hab... Los! Etwas im Auto vergessen! Was war das? Nichts! Ich bin nur... Das klappt! Ich meine... Ich bin gerade auf dem Weg! Kommen Sie zurück und kümmern Sie sich um die Schüler, sonst... Das klingt nicht so gut. Ah! 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 Fast geschafft! Wie läuft's bei dir? Äh... Miles? Anruf von Direktorin Evans. Oh Mann! Wie geht's von der Schule? Hey! Du schwänzt doch nur! Ich hab während eines Notfalls die Schüler allein gelassen! Ja! Das gibt Ärger! Ich will dir helfen! Ich weiß, du bist sauer auf mich! Das hat nichts mit dir zu tun! Lass mich in Ruhe! Ich will dir helfen! Aber zuerst wird es wehtun! Das wird es auch nicht summarize. Ja! 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 Ah! Das macht nichts! Ja! Jeho! Ja! Ah! Ja! Knowb! Ja! Hih! motiver sindade sind. Den JO009nbeyentwerfen! Er ist nicht der nostalgische Typ. Lass mich gehen. Sonst bist du tot. Er hört nicht zu. Wir müssen eins drauflegen. Wie? Er hasst Wasser. Seine Schulter ist zu nass. Elektrizität mag er dann sicherlich auch nicht so. Du hast es geschnallt. Das hat gesessen. Aber wir brauchen nur Wasser. Ich schieß mit Netzen und lad mich auf. Jetzt lass ich erst mal das Wasser laufen. Zeit zum Spinnen! Hat hier jemand Wasser bestellt? Hä? Ben! Spider-Man, Achtung! Nein! Nein! Alles okay? Ich arbeite dran! Ich dachte, du wärst weg! So schnell wirst du mich nicht los! Das ist ein Fall für Genki! Genki! Bist du da? Alter! Wie krass! Ich weiß! Pass auf! Wir brauchen viel Wasser bei der Wall Street! Ich checke das Netz. Pass auf, Alter! Sie auch, Mr. Parker! Mach ich! Moment! Was? Der weiß es? Genki weiß alles! Außerdem waren wir vorhin echt auffällig! Die Begabtenschule war echt die falsche Wahl! Die Begabtensch면! In setem Er ist betäubt! Jetzt schlag zu! Du willst mehr? Zeit für den Wetterbericht, Spider-Man! 100% Regenrisiko! Genau da wollen wir ihn haben! Leute, der Wassertank auf dem Madison Building sollte funktionieren. Wir reden hier von 40.000 Litern. Okay, danke, Genki. Ihr hättet wegbleiben sollen, Spinnen. Ist der immer noch da, wo wir ihn haben wollen? Melanch war ich da zu voreilig! Und der wird definitiv größer! Blätter weiter! Wir sind fast da! Der Wassertank! Spiderman? Ich wollte nur ein normales Leben. Wie alle. Das geht so nicht, Marco. Für jemanden wie mich geht es nur so. Das Gerät aus der Kontrolle! Pete! Was ist passiert? Wir sind draußen gelandet! Glätter weiter! Wir treffen uns auf dem Dach! Der Wassertank ist die einzige Chance! Ja! 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 Wo bist du, Pete? Kommen wieder! Bleib drinnen! Ja! 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 Ich bin nur ein normales Leben. Das ist doch möglich! Jetzt ist es zu spät. Oh Mann! Warum baut Marco nicht einfach Sandburgen? Ma, alles okay? Ich bin batid. Ich weiß, ihr seid in allen Nachrichtsrufen. Ich bin unterwegs nach Downtown, um die Hilfe zu koordinieren. Deckt Genki dich in der Schule? Ja, aber ich hab noch einen Beratungstermin und die Direktorin denkt... Ich kann mit deiner Direktorin reden, aber New York braucht dich jetzt. Du bist die Coolste. Und bitte, sei vorsichtig. Te quiero, Micho. Wie Ma schon sagt, New York braucht uns. Du machst es nur noch schlimmer für dich, Marco! Du bist mega. Ich würd meinen Aufgang lieber darüber schreiben. Damit könnte ich auf jedes College. Oder Spider-Man könnte. Okay, das kann warten, meint. Pass auf! Wie läuft's los, Spider-Man? Fast geschafft! Der Tank gehört uns! Jetzt! Jetzt! Gehört er ihm! Hey, sorry! Hab ich was verpasst? Wer will mich fressen? Dann geben wir ihm lieber was zu trinken! Haben wir's geschafft? Geh! Nein! Nein! Booch! Ah! Nee! No! Ah! Her mit den neuen Spielzeugen! Der letzte Patch für den Anzug hatte Macken, aber... ...wird schon schief gehen! Die Netzflügel! Sie fliegen! Das war's noch nicht! Markau ist am Strand von Pier 4! Wenn er an den ganzen Sand kommt... Ist er wohl gerade! Ich brauche dich sofort, Miles! Ja, ich seh ihn! Wenn hinter dir ist... Miles! Miles! Worauf habe ich mich eingelassen? Beruhige dich, Markau! Unschuldige Menschen sind in Gefahr! Du sorgst dich um sie, aber nicht um mich. Auf Markau wollten sie mich hören, aber Sandman ignorieren sie nicht. Und dann! Ah! Ah! Miles! Genau der! Ähm ne Idee! Ja! Die Klasse ist wieder vereint! Unterricht! Markus' Sturm erzeugt eine Menge Elektrizität! Was passiert mit der Oberflächenspannung von Sand, wenn man die Spannung erhöht? Fulgurid! Genau wie bei den Minis! Eins plus! Wenn du genug Energie hast, schieße ich sie direkt auf ihn! Nicht solcher Bretz drasten! Hältst du das aus? Hältst du dir jetzt raus? Jetzt! T-T-T-T-T-T-T-T D-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Bro! Wie genau willst du einen Blitz umlenken? Wie du sagtest! Wir müssen kreativ sein! Davon hab ich's noch mehr! Jetzt so Danny, Spider-Man! Auf geht's! Warum gebt ihr mich einfach auf? Weil wir diese Stadt beschützen wollen! Alles gut? Alles gut! Ich hab Sand! Überall! Marco, alles wird gut! Gut ging es mir. Schon lange nicht mehr. Wenn du Hilfe benötigst, musst du nur fragen. Ihr seid diejenigen, die Hilfe brauchen, wenn sie euch holen kommen. Uns holen? Ich hab's noch nie gesehen. Ich hab's noch nie gesehen. Ich hab's noch nie gesehen. Das Alter macht dich langsam, Sergei. Das wirst du nicht erleben. Ich beschatte dich seit Stunden. Du hast nichts gemacht. Erbärenrie. Ich habe mich klar ausgedrückt. Eine Beute, die mir gewachsen ist. So, wie wäre ein neues Jagdgebiet? Entfacht das Feuer. Die große Jagd beginnt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.